Im heutigen Video gibt es einen sehr wichtigen Fakt über den Spider-Man-Combin, den du auf jeden Fall wissen solltest. Deswegen bleib auf jeden Fall für dieses Thema unbedingt dabei. Außerdem schauen wir uns nochmal den Omikus an. Wo geht es momentan hin und was könnte ich auf jeden Fall den momentanen Pump verursacht haben? Und wir gehen zum Schluss nochmal auf ein paar andere NFTs ein, wo man einfach mal hier ein bisschen lachen darf. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi Uchi mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einem sehr, sehr spannenden Thema, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, starten wir an dieser Stelle auch direkt rein in das Video. Und die Quellen, auf die ich dieses ganze Thema jetzt hier basiere, basieren hier einmal auf den beiden Videos von Omi Daily Burn, der das Ganze für uns einmal hier geresearcht hat. Und es geht an dieser Stelle um den Spider-Man-Supply. Und hier ist nämlich ein gewisser Teil ziemlich auffällig. Fangen wir doch erstmal an zum Anfang. Ja, was ist denn jetzt hier überhaupt Grundlage des ganzen Ereignisses, beziehungsweise auch des ganzen Videos. Und zwar geht es nämlich darum, dass ihr teilweise mehrere Accounts, beziehungsweise bis 250 Accounts in etwa, hier von einem sehr interessanten Phänomen betroffen sind. Und zwar haben diese Accounts 40 bis 100 Spider-Mans Common wie auch an Common gemintet. An dieser Stelle tatsächlich wirklich nur die Common und an Common und das teilweise wirklich ausschließlich. Das heißt, auf diesen Accounts sind keine anderen Collectibles. Es gibt zwar andere, die zwar auch noch außergewöhnlich aussehen, beziehungsweise interessant aussehen, aber an dieser Stelle tatsächlich nicht ins Schema, an dieser Stelle direkt passen. Das Interessante ist aber tatsächlich noch, dass viele davon auch in letzter Zeit einmal Obi-Wan mindestens gemintet haben. Das heißt, dieser Account kann tatsächlich nicht ganz inaktiv sein und auch nicht gesperrt sein, denn ansonsten hätte er hier nämlich am Obi-Wan-Job nicht teilnehmen können. Was man auf jeden Fall an dieser Stelle wissen muss, zu dem Zeitpunkt war der Spider-Man noch nicht ausverkauft. Das heißt, er war noch frei verfügbar im Markt und dementsprechend konnte man an dieser Stelle auch so viel minden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer hat so viele Sachen gemintet und lässt die einfach auf einem Account rumliegen? Insgesamt gibt es, wie gesagt, in etwa 240 bzw. 250 Wallets, die an dieser Stelle laut ihm SaaS bzw. auffällig aussehen und die auf jeden Fall für eine dieser Möglichkeiten in Frage kommen. Die Möglichkeiten, die an dieser Stelle bestehen, sind unter anderem erstmal, dass zum Beispiel Wibi hier an dieser Stelle bewusst den Supply an dieser Stelle verringert hat, indem sie diese Sachen einfach aufgekauft haben im großen Stil mit unterschiedlichen Accounts und so einfach den Markt dieser Collectibles entzogen haben bzw. so natürlich auch hier ihr eigenes Collectible mehr oder weniger gepusht haben, indem sie einfach im Markt alles rausgenommen haben, was noch zum Kaufen war und dementsprechend das Ganze dann sold out war. Anschließend haben wir natürlich noch die Möglichkeit, dass hier jemand wirklich sehr, sehr viele Accounts erstellt hat und dann sehr fett hier auf jeden Fall Spider-Mans geshoppt hat. Die Frage ist nur erstmal, warum sollte man das machen? Und die zweite Frage ist, warum auf so vielen Accounts? Die andere Sache ist, selbst wenn das jemand gemacht hat, dann hat er jetzt wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, weil wir das KYC-Verfahren haben, hier natürlich auch an alle Spider-Mans irgendwie dran zu kommen, weil man ja für jeden Account einmal KYC braucht. Das Ganze könnte sich ändern, indem wir dann hier auch bald das Merchant bekommen. Wenn dort aber auch keine Aktivität herrscht, dann können wir aber auf jeden Fall diesen Punkt ausschließen. Schauen wir uns die letzte Teaser an und die ist nämlich von HelloK geteilt worden und ist auch an dieser Stelle sehr interessant und sollte man an dieser Stelle auch nicht unterschätzen. Und zwar geht es hier nämlich anscheinend um einen Exploit, der im Zeitraum des Spider-Man-Jobs passiert ist. Das Ganze wurde tatsächlich auch von Dan Crossers, das heißt dem CTO an dieser Stelle hier bestätigt und hier wurde dieses Problem auch in einigen wenigen Stunden behoben. Das Problem war an dieser Stelle ein iOS-Update, welches dazu geführt hat, dass man sich unendlich Gems in der WWI-App generieren konnte. Das heißt, jeder konnte hergehen und sich im Prinzip so viele Gems auf irgendein Konto schieben, wo man halt hin möchte. Natürlich wurde das Ganze zurückverfolgt und versucht wirklich jeden Account hier an dieser Stelle zu bannen, wo irgendwelche Gelder hingeflossen sind, um natürlich hier einfach das Ganze zu unterbinden. Ob da natürlich alle erwischt wurden, wissen wir nicht, aber das passt tatsächlich auch zu diesem Punkt und da können natürlich auch Wallets teilweise im Spiel gewesen sein, die natürlich schon dann zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viele Spider-Mans gemindet haben. Dazu würde dann aber tatsächlich nicht der Punkt passen, dass einige von diesen Wallets auch von 100 ankommen bzw. kamen Spider-Mans in letzter Zeit hier einen Obi-Wan gemindet haben. Das passt nicht wirklich zusammen, das heißt, es stellt sich bis jetzt immer noch die Frage, was ist hier los, was ist jetzt hier überhaupt mit den ganzen Spider-Mans, denn es handelt sich um eine Menge Spider-Mans, wenn man das Ganze wirklich mal hier betrachtet. Denn laut den On-Chain-Daten bzw. laut der Analyse hier von Omi Daily Burn, sind es insgesamt 17.000 Comments, die an dieser Stelle von diesem möglichen Exploit bzw. möglich gebannten Accounts, whatever, auf jeden Fall betroffen sind. Das heißt, es könnte möglicherweise sein, dass hier insgesamt 17.000 Spider-Man-Comments nie im Supply auftauchen werden. Das wäre sehr, sehr spannend, denn an dieser Stelle gibt es insgesamt nur 32.000 Comments. Das heißt, es wird in etwa über 50% niemals von den Spider-Mans im Circulation Supply landen und insgesamt nur 15.000 in etwa überhaupt verfügbar sein für die freie Masse. Und ja, das ist tatsächlich mit auch einer der beliebtesten Collectibles von den Spider-Mans, weil es halt einfach der Amazing Spider-Man ist, plus die Carmen und natürlich auch FA, aber hier natürlich auch eine sehr interessante Pose hat. Jetzt wird sich natürlich der ein oder andere fragen, ja, was hat denn das jetzt überhaupt für Auswirkungen hier eventuell auf den Preis? Und diese Auswirkungen sieht man natürlich auch schon direkt nach diesen Veröffentlichungen. Und zwar schauen wir uns das Ganze doch mal an. Hier, der Spider-Man-Uncommen ist insgesamt in den letzten 24 Stunden um insgesamt 21% gestiegen, der Rare um knappe 15%, der Sego Jet tatsächlich nicht, aber der Ultra wie auch tatsächlich der Common momentan bei 30% im Plus. Und das ist schon sehr, sehr auffällig. Natürlich könnte es jetzt hier an der Stelle auch erstmal nur ein kleiner Hype sein. Das heißt, die Leute haben Angst. Okay, es gibt zu wenig Spider-Mans, aber ich denke, der Preis wird hier eventuell noch auf 100 sinken, wenn das Ganze wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Darauf hoffe ich jedenfalls. Aber das ist auf jeden Fall die Faktenlage, die wir zum momentanen Zeitpunkt haben. Ich werde dich natürlich hier auf dem Laufenden halten, wenn es dazu irgendwelche neuen Informationen gibt. Deswegen lass mir auf jeden Fall gerne ein Abo dann. Dann verpasst du auf jeden Fall hier nicht die weiteren Informationen, als sie denn rauskommen sollten. Als nächstes schauen wir uns mal den Omi-Token an, denn der steht momentan eigentlich ziemlich gut da. Wir sind insgesamt nochmal hier gerade 0,7% im Plus, haben aber tatsächlich hier wieder die 0,0091 erreicht. Im Großen und Ganzen haben wir auf jeden Fall einen kleinen Pump erlebt, wenn man das Ganze sich mal anschaut. Wir sind hier aus diesem Tal der Tränen, beziehungsweise vielleicht auch Tal der Freude rausgekommen, für die Leute, die günstig einkaufen konnten und sind jetzt hier wieder hochgeschossen und haben jetzt hier ein neues High gebildet, was auf jeden Fall schon mal ziemlich gut ist hier zu diesem High. Dementsprechend, wir befinden uns gerade wieder auf dem Aufmarsch nach oben. Ist das Ganze nachhaltig? Ich persönlich glaube es eher nicht. Wir könnten nochmal tiefere Preise sehen, aber wir könnten natürlich auch an dieser Stelle höhere Preise sehen. Wer weiß, wo der Preis hingeht? Ich gehe eher davon aus, dass wir nochmal hier auf die 0,008 zugehen. Aber ja, das ist natürlich noch meine Meinung. Ich persönlich betreibe weiterhin DCA, das heißt Dollar Cost Average. Das heißt im Prinzip, dass ich kontinuierlich nachkaufe, unabhängig wo der Preis steht. An dieser Stelle wirklich meiner Meinung nach auf jeden Fall mit einer der besten Strategien. Ja und an dieser Stelle müssen wir uns einfach auch mal über andere NFTs ein bisschen lustig machen, denn es gab hier immer sehr, sehr viel Fahrt zum Thema Elektra, beziehungsweise auch anderen NFTs auf Vibi. Und ja, jetzt hat hier an dieser Stelle ein weiteres Unternehmen NFTs rausgebracht und zwar nämlich Nifties von Herr der Ringe. Und ja, an dieser Stelle ist nicht nur die Qualität, sondern auch das ganze NFT wirklich einfach hinüber. Wenn man sich das Ganze mal wirklich anschaut hier an dieser Stelle, ja ist das nicht wirklich schön. Es ist qualitativ vielleicht gar nicht so schlecht, aber wenn man sich hier allein diese Hand anschaut, ja, dann fragt man sich eigentlich wirklich, was ist hier passiert? Und der Twitter-User schreibt hier an dieser Stelle auch gerechtfertigt, Vibi has no quality control, other big companies would mess up like this. Ja, other companies like Nifties, ja, haben es an dieser Stelle wirklich komplett vermasselt. Also an dieser Stelle ist es tatsächlich anscheinend nicht nur Vibi, die hier Praktikanten einstellt, um NFTs zu gestalten, sondern auch andere Companies. Ja, ist an dieser Stelle wirklich mal ein ganz lustiger Fakt, den ich auf jeden Fall mit euch geteilt haben wollte. Und ansonsten war es das schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.